Sollte man auch bei uns, wie bislang an vielen amerikanischen Hochschulen üblich, eine Quotenregelung für People of Color einführen? Oder sollte man bei uns die Quotenregelung für Frauen an Universitäten oder in Führungspositionen von Unternehmen einführen? Und sollte man Kinder aus armen Verhältnissen oder Kinder mit Migrationshintergrund besonders fördern? In Deutschland lebt schließlich derzeit jedes fünfte Kind unterhalb der Armutsgrenze. Ist das gerecht gegenüber den anderen Kindern? Werden die dann nicht benachteiligt? Genau darum geht es bei der Entscheidung des obersten amerikanischen Gerichtshofs in Sachen Quotenregelung für ethnische Minderheiten an Universitäten. Ihr habt sicher davon gehört. Stichwort Affirmative Action. Und das ist mein Thema. Ich möchte diesmal beginnen mit einem einfachen Bild, das die Probleme hervorragend illustriert und auf den Punkt bringt. Schaut euch die beiden Bilder an. Sie skizzieren zwei unterschiedliche Auffassungen und Herangehensweisen. Zwei Antworten auf die eine Frage, wie Gerechtigkeit am besten erreicht werden kann. Wie kann man Menschen, die von Natur aus sehr unterschiedlich sind, dennoch eine faire Lebenschance bieten? Variante 1 zeigt die Standard-Auffassung von Gleichheit im Sinne von Gerecht für alle und wird von den meisten Menschen geteilt. Alle bekommen dieselben Mittel. Das klingt auf den ersten Blick natürlich absolut fair, denn jedes Kind kann dann beispielsweise zur Schule gehen und bekommt eine Mindestförderung, die ihm hilft zu leben. Gerechtigkeit bedeutet hier so viel wie alle bekommen dasselbe und genau das und nur das ist auch fair. Variante 2, ebenfalls ein Konzept von Gleichheit bzw. Gerechtigkeit, sieht vor, dem einen mehr zu geben als dem anderen, also beispielsweise mehr von dem Steuergeld, das der Staat und damit wir alle ja bereitstellen. Und das erscheint vielen unfair. Ein Beispiel, das bis heute immer wieder heiß diskutiert wird, ist die Frage, ob man eine Quotenregelung einführen muss, um die gleiche Verteilung von Männern und Frauen in Führungspositionen zu erreichen. Um den Unterschied besser zu verstehen, hilft vielleicht ein Vergleich zwischen zwei bekannten Brettspielen. Während beim Schach immer wieder dieselben Figuren auf dem Tisch stehen und alles offensichtlich allein vom Können der Spieler abhängt, kann man beim Go das schwächere spielerische Können eines der beiden Spielerinnen dadurch ausgleichen, dass man der Partie, die schwarz spielt und beginnt, vor dem Spiel einen Vorteil gewährt, und zwar durch eine bestimmte Anzahl von Steinen auf dem Brett, Vorgabesteine genannt. Diese Regel des Ausgleichs von Unterschieden gehört zum Spiel, das auf diese Weise ausgeglichener wird und außerdem noch für den besseren Spieler eine echte Herausforderung darstellt, was den Spaß am Spiel erhöht. Nach Variante 1 von Gerechtigkeit sind Quoten jedenfalls ungerecht. Sie sind abzulehnen, weil sie manche Menschen bevorteilen. Der Nachteil dieser Haltung ist, dass sich oft über Jahrzehnte überhaupt nichts ändert. Sie führt eben nicht zu mehr Gerechtigkeit, in diesem Fall auch noch nicht mal zu mehr Gleichheit bei der Verteilung von Männern und Frauen in Führungspositionen. Um noch einmal auf die Kinder zurückzukommen, seit mehr als 20 Jahren steigt von Jahr zu Jahr die Kinderarmut signifikant an. Zig Studien beweisen, dass die finanzielle Herkunft nicht nur über den schulischen Erfolg entscheidet, sondern auch über den gesamten Berufs- und Lebensweg. Faktisch gibt es den neuesten Untersuchungen zufolge von Jahr zu Jahr hier in Deutschland sogar immer mehr Kinder, die die Grundschule verlassen und weder richtig lesen, noch schreiben, noch rechnen können. Das Bild macht auf den zweiten Blick daher auch deutlich, wo die Nachteile dieser Sichtweise liegen. Wenn Gerechtigkeit nämlich bedeutet, dass jeder die absolut gleichen Mittel bekommt, nicht mehr und nicht weniger, Gerechtigkeit und gleiche Behandlung aller also dasselbe ist, dann können einige das Ziel nicht erreichen. Faktisch sind die Mittel, die man einsetzt, damit dann nahezu überflüssig, denn die einen würden das Ziel auch ohne diese Mittel erreichen und für die anderen hingegen reichen die Mittel vorne und hinten immer noch nicht aus, um beispielsweise in einem Sportverein zu gehen oder ins Konzert, denn das gehört ja auch zur Bildung. In beiden Fällen könnte man gewissermaßen auf die Förderung auch verzichten. Die Versorgung nach dem Gießkannenprinzip macht faktisch im einen wie im anderen Fall keinen wirklichen Unterschied. Einer schafft es, ein anderer nicht. Warum, ist ja völlig egal das Argument. Jeder hat ja die Chance zu zeigen, was er oder sie kann. Jeder kann zur Schule gehen. Mit oder ohne Hilfe kein Unterschied. Aber das, finden viele, ist eben so und gehört zur Ungerechtigkeit des Lebens, die man akzeptieren sollte. Der eine ist begabter, der andere weniger. Wie steht ihr zu dieser Auffassung von Gerechtigkeit durch Gleichheit? Schreibt gerne eure Kommentare dazu. Und falls ihr kritisch seid, hier kommt Variante 2. Variante 2 zeigt eine andere, adaptivere Sichtweise von Gerechtigkeit. Man könnte zugespitzt sagen, Gerechtigkeit durch Ungleichheit. Variante 2 ist von der Idee getragen, dass man, um dasselbe Ziel zu erreichen, unterschiedliche Mittel einsetzen muss, um im Bild zu bleiben. Um den Apfel pflücken und das Ziel erreichen zu können, braucht der eine viel Hilfe und eine lange Leiter, die andere wenig oder vielleicht sogar gar keine. Diese Einstellung orientiert sich folglich nicht an einer One-Size-Fits-All-Regel, die man einmal beschlossen hat und die dann für alle gelten soll, sondern an der Realität. Das heißt daran, dass Menschen eben unterschiedlich sind. In dem Fall unterschiedlich groß. Variante 2 verlangt genaues Hinsehen, und zwar immer wieder, denn die Verhältnisse können sich ändern, und eine genaue Einzelfallabwägung. Das ist anstrengend und es ist arbeitsintensiv. Man könnte also sagen, dass die zweite Sicht der Dinge anspruchsvoller ist, weil sie eine komplexere Sichtweise erfordert, die eine Reihe von Bedingungen in Betracht ziehen muss, die man im ersten Fall vollkommen vernachlässigen kann. Das gilt sowohl für die Analyse der Situation wie für die Maßnahmen, die man einleitet und möglicherweise wieder neu anpassen muss. In der Politik gibt es häufig Mischformen, die dann dazu dienen, relevante Bevölkerungsgruppen zu beschwichtigen oder einfach ruhig zu stellen. Die einen, weil sie zwar wenig Macht haben, aber viele sind. Und das kann beispielsweise bei der Wiederwahl ein Problem werden. Die anderen, weil sie viel Macht haben, obwohl sie vergleichsweise nur wenig sind. Aber auch die können schaden. Beispielsweise senkte die FDP 2011 den Mehrwertsteuersatz einzig und allein für Hotelübernachtungen, was ihr den Vorwurf gezielter Klientelpolitik einbrachte. Also machte man es smarter. Alle bekommen irgendeinen Zuschuss. Einen Zuschuss zur Inflation, zur Energiewende, zu den Kindern oder wozu auch immer. Aber in einer harmlosen Mischform, also einer leicht abgestufen Variante, die einer allzu offensichtlich sinnlosen Förderung Grenzen steckt und Schnitte macht. Ein weiterer Punkt, für den einen spielt es überhaupt keine Rolle, wie lange es dauert, bis bürokratische Hürden genommen und Förderungen angekommen sind. Für die Menschen im Ahrtal hingegen, die von der großen Überschwemmungskatastrophe betroffen sind, zählt jeder Tag. Und es ist beschämend, dass trotz aller Zusicherungen viele Betroffene immer noch warten. Nun zu dem Fall in den USA, den ich eingangs erwähnt habe. Ende Juni hat der oberste Gerichtshof der USA mithilfe der konservativen Mehrheit von 6 zu 3 Richterinnen eine Regelung gekippt, die seit Jahrzehnten als das historische Bollwerk gegen die Diskriminierung von ethnischen Minderheiten in amerikanischen Hochschulen galt. Diese Entscheidung ist eine späte Auswirkung der Neubesetzung des Supreme Court durch Ex-Präsident Donald Trump. Worum es bei der Entscheidung ging, war die sogenannte Affirmative Action, wörtlich also das positive oder bejahende Handeln. Gemeint ist damit eine Art positive Diskriminierung durch bestimmte gesellschaftspolitische Maßnahmen. Die sollten nämlich dazu dienen, die faktische strukturelle Diskriminierung bestimmter sozialer Gruppen oder Ethnien dadurch auszugleichen, dass ihnen bestimmte Vorteile eingeräumt werden, etwa, und darum ging es, bei der Vergabe von Studienplätzen. Aktuelle Umfragen nach der Entscheidung des Supreme Court ergaben, dass etwa die Hälfte der befragten Amerikanerinnen solche positiven Fördermaßnahmen für unfair halten und nur etwa ein Drittel sie tatsächlich bejahen. Die Mehrheit ist also der Meinung, das erste Bild, die erste Variante, die sei die richtige, weil es auf absolut gleichen Ausgangsbedingungen besteht, dieses Bild. Man spielt sozusagen Schach und nicht Go. Diese Fairness-Vorstellung fußt philosophisch wie politisch auf der liberalen Theorie der Meritokratie, das heißt der Vorstellung, Frauen, People of Color, Migranten oder Jugendliche, die aus benachteiligten Verhältnissen kommen, sollten allein durch ihre Arbeit, ihren eigenen Verdienst vorankommen, ohne weitere Hilfe. Motto, jeder ist seines Glückes Schmied. Auch wenn du aus armen Verhältnissen kommst, wir haben nicht nur eine super Verfassung, wir leben auch den American Dream. Bei uns kannst du Millionärin werden. Naja, die Realität in den USA sieht allerdings so aus, dass ein großer Teil des Zulassungskontingents von Studienplätzen, um mal bei den Unis zu bleiben, für die Kinder ehemaliger Studentinnen reserviert bleibt. Diese Kinder haben faktisch also bessere Chancen angenommen zu werden und das, obwohl ihre Leistungen manchmal eher unterdurchschnittlich sind. Präsident Joe Biden sagte nach der Entscheidung des Gerichts, es gäbe nach wie vor Diskriminierung in den USA, man könne das Rad nicht einfach zurückdrehen. Und damit machte er ziemlich klar, dass er von der richterlichen Entscheidung wenig hielt. Die Mehrheit der Richter schloss sich jedoch der Klage der weißen Studenten an, die argumentiert hatten, durch die Quotenregelung benachteiligt zu werden. Und was besagte nun das 230 Seiten umfassende richterliche Urteil? Der Präsident des Gerichtshofs, Richter John Roberts, der zugleich auch Sprecher der Mehrheit ist, machte einen äußerst cleveren Schachzug. In seinem Statement erklärte er nämlich, dass sich alle Amerikanerinnen doch wohl einig seien darin, dass so etwas Oberflächliches wie Hautfarbe oder ethnische Herkunft nichts über die wirkliche Identität einer Person, ihre Qualifikation als Mensch, ihre Würde aussagt. Naja, und weil sie nichts aussagt, kann sie auch kein Kriterium für die Zulassung dieser Person an einer Universität sein. Und damit kaperte er die Argumentation der Linken und der ethnischen Minderheiten, die ja ebenfalls betonen, dass nicht die Hautfarbe das Entscheidende ist, sie aber wegen der Hautfarbe faktisch benachteiligt seien. Roberts drehte genau das Argument geschickt gegen sie. Wenn allein die Würde und nicht die Hautfarbe zählt, so argumentiert ja der konservative Richter, dann darf man folglich auch die Hautfarbe nicht zum Kriterium machen. Und genau das verstoße nämlich gegen die Verfassung. Und deshalb müsste jetzt Schluss sein mit der Bevorteilung wegen eines zu vernachlässigen Nachteils wie der Hautfarbe. Anders der schwarze Supreme Court Richter Clarence Thomas, der in einem Interview sagte, dass die Entscheidung, alle Fragen von faktischem Rassismus und Ungleichbehandlung einfach vom Tisch fege, so als hätte es und würde es all das nicht geben. Und die Lösung? Der konservative Richter deutete an, in welche Richtung es seiner Meinung nach gehen könnte. Die Entscheidung des Supreme Courts sei zwar richtig und hautfarbig absolut kein Kriterium, aber nichts hindere ja eine Universität oder irgendeine Bildungseinrichtung. Daran bei der Zulassung Fragen der sozialen Herkunft, des Einkommens der Eltern, einer Traumatisierung zum Beispiel, in Rechnung zu stellen, buchstäblich. Das klingt zunächst nach einem sehr akzeptablen liberalen Argument. Ihr seid frei, die Missstände anzupacken, auch wenn euch das Gesetz überhaupt nicht dazu zwingt. Was er nicht sagte, wahrscheinlich aber dachte war, sollen die doch ihre Inklusion betreiben an diesen Unis. Die werden schon schnell merken, dass dann keiner der wirklich reichen Kids mehr auf die Schulen oder die Unis oder wohin auch immer geht. Aber es ist ja eure Entscheidung, keinen Profit machen zu wollen. Okay. Sonja Maria Sotomayor, ebenfalls Verfassungsrichterin und 2009 von Barack Obama eingesetzt, kommentierte frei heraus und sagte, was sich von diesem Vorschlag hielt. Das sei nämlich so, sagte sie, als ob man ein Schwein rot markiert und dann behauptet, das macht doch keinen Unterschied. Dabei werden alle erst recht sehen, dass das mit der roten Markierung ein Schwein ist. Das sei eine ganz perfide Strategie, die zwar liberal klinge, in Wahrheit aber diskriminiere. Teilt ihr dieses Argument? Diskutiert gerne mit. Wie auch immer ihr dazu steht, dieselbe Argumentation wie die von Roberts zum Beispiel, findet ihr faktisch mehr oder weniger variantenreich, auch bei uns beispielsweise, wenn es um die Quotenregelung für Frauen geht. Was die meisten Entscheidungen gegen die Quote dabei allerdings ignorieren, ist ja die faktische Ungleichheit, die trotz der Gleichheit auf dem Papier und der durch Staat und Verfassung garantierten gleichen Würde, gleichen Rechte und Pflichten dennoch faktisch existiert. Segregation, Flüchtlingsschicksale, Diskriminierung aufgrund der Hautfarbe oder des Geschlechts, persönliche Traumata wie Gewalterfahrung, Vergewaltigung, all das hinterlässt Narben und beeinflusst nachgewiesenermaßen das Selbstbewusstsein und die Lebensweise stark. Ungleichheit und Rassismus sind faktisch Erfahrungen, die aber nicht nur Amerikaner machen, sondern auch Europäer und Deutsche und Nicht-Europäer und Menschen, die in anderen Ländern leben. Genau das muss man in Rechnung stellen und zwar gestützt durch wissenschaftliche Erkenntnis, die es im Übrigen ja längst gibt. Die Lösung in den USA dürfte also zunächst ganz pragmatisch tatsächlich darin bestehen, dass liberale amerikanische Universitäten nach dem Urteil zwar nicht mehr die Hautfarbe als Zulassungskriterium in Betracht ziehen dürfen, wohl aber andere Faktoren. Rein strategisch müssten die Gegner einer solchen Haltung, eines solchen Verfahrens, die ja auf der Einsicht des zweiten Bilds, der zweiten Variante beruht, erstens gegen die wissenschaftlichen Erkenntnisse anargumentieren und zweitens müssten sie, um diesen Ausgleich von beeinträchtigenden Erfahrungen zu verbieten, gegen alle nur denkbaren Formen des Ausgleichs von faktischer Diskriminierung, zum Beispiel Traumatisierung, Klagen, um dann alle Faktoren auszuschließen, die man überhaupt berücksichtigen kann, also nicht nur die Hautfarbe. Doch das würde absurd und den Gedanken der Gerechtigkeit selber ad absurdum führen und das selbst in den Augen extrem konservativer Kreise. Viele europäische Universitäten gehen daher nach wie vor unbeirrt von dem Gerichtsentscheid in den USA den gegenteiligen Weg und halten weiterhin an Quotenregelungen für bestimmte benachteiligte Gruppen oder Ausländerinnen fest. Noch haben alle Universitäten die Freiheit, auch in den USA, das persönliche Schicksal eines Menschen zu berücksichtigen, zu entscheiden, dass Unterschiede entscheidend sind. That it matters. Meine persönliche Sichtweise, falls die euch interessiert, ist übrigens, dass man noch viel genauer unterscheiden muss, als diese Alternative andeutet. Es gibt nämlich Bereiche, in denen man nach dem Prinzip absoluter Gleichheit durchaus verfahren sollte, etwa im Strafgesetz. Das interessanterweise, gerade weil es ja die absolute Gleichbehandlung aller Menschen vorschreibt, die Ausnahmeregelung der mildernden Umstände zulässt. In den meisten Bereichen aber, und jetzt müsste man genauer darüber diskutieren, welche das sind im Einzelfall, wird man paradoxerweise ungleiche Mittel wählen müssen, um Gleichheit, Fairness und echte Inklusion zu erreichen. Und tschüss.